Willkommen zurück zu Liars of Fear und jetzt spielen wir auf jeden Fall die Erweiterung und zwar heißt die Inheritance weiß nicht wie genau ausgesprochen wird und zwar Liars of Fear Inheritance dann würde ich sagen legen wir einfach mal los Scream at my mother Scream at yet another failed masterpiece Finally just scream out into the darkness It became my lullaby And even when they took me away The screams followed I was once told that insanity runs in my family It's time to make it stop Ich bin ganz gespannt Oh sehr geil Mit Taschenlappe diesmal Jetzt spielt mal die Tochter aber oder die Ehefrau Jetzt muss jetzt alles hinter der Geschichte sein von Hauptspiel her Die machen jetzt zurück ein bisschen her Oh Oh It's here Weiss jetzt nicht ob das die Frau oder die Tochter ist schauen wir uns mal ein bisschen rum er konnte mich nicht bewegen wir haben schon mal ein bild die tochter der maler und doch immer weiter Das ist alles hinter den Haufspiel, ja. Ah, geil. Ah, geil. Ich bin mal gespannt, wie man hier spüren. Also kommt mir zuvor, ob das wirklich das Kind ist, hier. Wir schauen mal um. Trickslampe, ey. Ah. Wie hat er denn jetzt ein Gemälderin gefeuert? Trickslampe, ey. Ah, jetzt zeichnet er uns. Ah, ja. Ah, ja. Ich kann mich nicht bewegen, schade. Ja. Ja. Was er eyes adjusted to the darkness, she saw something moving from her. Ah, ja. Ah, ja. Ah, ja. Keep your head straight! Look at me! And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end of her. The princess heard a fearsome growl. The witch had unleashed her formula. The hellhound. Do you want this story to have a happy ending or not? Do you want this story to have a happy ending or not? Oh, god dammit. Not again. Fine. Because the princess wouldn't stop fidgeting. She was set upon by the evil witch's minion and dragged off into the darkness. Never to be seen again. The end. What the hell? It was always my fault. All I had to do was stay still. Day after day. For hours on end. Until he would finally get it right. I've lost count of how many attempts there were. But each one made me feel like I was his greatest failure. Da. Number five. Oh, alt-er. So-er. Ich bin ganz sofriedenbarer, nicht. Ah-er. Wir können uns bewegen. Ah-er. Wir können uns bewegen. Das mal. Ah-er. Ich hab'n's in den Mund. Immer mal zur Tür. Wo kommt denn die Scheiße her? Es wird nicht befallen. Hier, schau für dich. Okay, da können wir spielen. Dann machen wir das mal. Boah, ich hab keine Ahnung, wie man das spielt jetzt, ey. Ach du Scheiße. Dann machen wir nochmal. Du weißt was, ich habe eine Idee. Du gehst deine Krayons. Hol deine Mahlstiftung. Wo kriegt die... Wo kriegt die her? Du gehst deine Krayons. Du gehst deine Krayons. Dann mach es nicht. Der war heftig. Mal gucken, wo wir jetzt die... Mahlstiftung herkriegen. Boah, fett, alter. Die Türen zu. Alter. Und hier liegt weiter nischt. Und hier liegt weiter nischt. Und da ist auch ne Stunde. Boah, das ist bedürftig, Alter. Wir so klein und das ist halt so groß hier, ey. Oh, Mann. Oh, was haben wir hier? Da ist nischt. Da ist ne Tür. Und hier ist ne Tür. Ah, geh mal einfach hier lang. Boah, alter ist das nervig, alter. Da... Könnte... etwas größer sein. Ich... hm. Oh, das ist ne Tür, die ich gar nicht gesehen. Sch... Schön zerlegt. Ich kann das nicht ohne dich machen. Was war das denn? Ein Elsch oder was? Du bist ja bescheuert, alter. Super, und jetzt? Oh, Mann. Ah, sehr schön. Nein, ich bin dran. Ich bin dran. Wie vielexperre habe ich dir, wie ich dich aus dem Stadion zu ziehen? Oh, das ist jetzt. Ja, Mann. Es scheint sich, dass alle die Lösung ist, alles in diesem Haus. Oh, deine Krankheit, aber ich habe den Hunger. Hm. sehr schön da lang Ok, Kindokumente, ok, weiter Weiß nicht mehr, wie das Kapitel heißt, ey Stück Zettel, da geht es noch mal runter, okay, oh, was. Na komm, gehen wir einfach mal da runter, also spielen, was ihr könnt, okay, ja, 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 ja. Hey, also ich will noch ein Stück, gucken, ob er das findet. Oh, da war er da, oh, fuck. Dann gehen wir noch mal eine Etage tiefer. Na da, okay. Scheiße, da kann man nuscht machen, ey. Ich geh mal hoch. Das passiert doch hier irgendwas. Na komm, 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 komm. Oh, scheiße, ey. Das ist natürlich sehr merkwürdig. Ich renne einfach mal durch. Aber hier ändert sich ja nuscht mehr, ey, fuck. Scheiße, was muss man jetzt mal, ey. Ah, guck mal an. Alter, da drauf muss der erst mal kommen, ey. Null. Und hier haben wir schon wieder nützlicher. Oh, hier ist schon mal falsch. Äh. Okay. Wieder zurück. Boah, da wirst du bescheuert hier, Alter. Das hier verabdrücke. Oh, Mann. Oh, Mann. Was soll denn hier unten sein? Ich geh mal wieder hoch. Sehr merkwürdig. Geh einfach mal wieder zurück. Oh. Oh, Prinzessin. Neugierenschmerzen. Neugierenschmerzen. Insofern wenn ich arbeite. Also, was machst du? Oh, ja. Du magst es? Na ja, das macht einen von uns.